Ich bin im Iran aufgewachsen, da bin ich mit 20 in meiner Familie nach Deutschland ausgewandert. Wenn man seine eigene Heimat aufgibt und in ein anderes Land geht, egal wo es ist, ist immer schwierig, ist nicht einfach. Am Anfang fühlt man sich gar nicht wohl, weil man die Sprache nicht kann, man hat keine Freunde. Sich zu etablieren, sich zu integrieren, ist nicht einfach. Gerade hier gibt es ja auch viel Altersrassismus. Weil du musst erst mal gucken, wo dein Platz ist und dann habe ich angefangen bei McDonalds zu arbeiten, wo man immer einen Job findet. Bei McDonalds findet man immer einen Job. Also 2008, 2009 bin ich fertig geworden mit dem Studium und da war es überhaupt nicht einfach, einen Job zu finden. Und ich habe drei Jahre gesucht, also drei Jahre, mehrere Bewerbungen geschenkt, überall verschiedene Filme, Beamten und so weiter, aber es hat nicht geklappt. Ja, man zweifelt schon an sich selbst ein bisschen und ich habe mir überlegt, okay, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Ich habe ja auch eine ausgeprägte soziale Kompetenz. Wie kann ich das kombinieren? Und tatsächlich, eine gute Freundin hat mir den Rat gegeben, okay Paar, du kannst ja auch Lehrer werden, weil gerade Physiklehrer sind in Deutschland gesucht. Es gibt wenig Physiklehrer und wenn du Physik studiert hast, obwohl du kein Lehramt studiert hast, kannst du einen Quereinstieg machen. Und ja, diese Wörter habe ich quasi ernst genommen und das war eigentlich die beste Lösung. War nicht einfach, weil man natürlich, da war ich 30, 31, da muss man sich nochmal hinsetzen und dann noch zwei Jahre Referendariat machen. Aber wenn man ein Ziel hat und davon überzeugt ist, dann zieht man es durch. Egal wie gut du bist, egal was für einen Abschluss du hast, du brauchst Leute, die dir Mut machen, die dir auch Optionen hinstellen und sagen, okay, du kannst das machen und zweifeln nicht an dir selbst. Und es gibt andere Leute, guck mal, der hat das gemacht und so weiter. Wenn man diese Beispiele hört und sieht, dann weiß man, okay, man kann sich mal neu orientieren.